Wo ist F? Ich krieg die Scheibe nicht ein, kaputt geschlagen. Weißt du was? Oh fuck, ich hab dich leider gar nicht... Nein! Fuck! Ich hab dich leider gar nicht hier reingebracht! Hey Leute, heute geht's weiter mit Battlefield Coop Saison. Also Battlefield 3 Coop Saison natürlich. Und zwar letzter Drücker. Bambino braucht Hilfe. Der sind hinter uns schon SOS-Signale. Ja, mit dem werde ich heute das hier so durchziehen. Wir hoffen, dass auch alles reibungslos verläuft. Jetzt mal. So. Jetzt geht's schon ganz leise vor hier. Kannst du ja mal Escape drücken, um denen zu zeigen, was wir für eine Mission machen? Hab ich doch gemacht. Letzter Drücker. Ja, okay. Ich hab grad einen schönen Kopf im Visier. Soll ich einfach mal... Aber nicht meinen Kopf, oder? Doch, ich hab deinen Kopf im Visier. Schön, ich hab grad einen anderen gefällt. Mann, nein, ich hab auch einen anderen gehabt. Moment mal, seine Kollegen haben das nicht mitbekommen. Doch, jetzt. Stehen alle grad so schön nach vorne aufm Haufen. Ha! 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 Kommt mal um die Ecke gestürmt. Das musste jetzt mal sein. Ja, danach, ne? Dauerperner Schrot vielleicht immer. Ich geh auf die andere Seite. So. Okay. Tschüss ihr Wichser. Also auf der Entfernung wurde es nicht damit... Uh, und welche... Ui, die hat's weggefetzt. Was sind die denn? Dahinter rockt der Vogel, ne? Der, der, der Hessewand. Ich glaub, ich hab ihn sogar. Steht da noch einer. Boah, ich dachte grad, die wär mal vorbeigestürmt. Dann ist da noch einer. Da rennt noch irgendwo einer, oder? Hast du ihn schon? Ne, dahint ist er. Jaja, einer ist auf deiner Seite. Ich wollte mich grad um den in der Mitte kümmern, aber... Na, ich hab's schon gesehen. Hinter der Wand, ich hab ihn. Warte, ich nehm die Mitte. Hab schon. Er ist weg. Können weiter. Warte, wo war sie? Hier war sie. Hier komm ich rein. Warte, ich lad die noch nach. Oh, ich will die Gitarre haben. Da kann man bestimmt auch gut schießen. Weißt du doch, Gitarren-Sound, ne? Was ist denn das hier für eine? Eine M1... Da kann man was gefunden haben. Im 10, 14. Wie bist du denn? Hier bist du. Hier bist du. So, dann weiter. Ne, in die Richtung. Wir haben gerade eine Nachricht abgefangen, dass Aachen es langsam vor Ort ist. Hier bist du. Entschärf die Sprengladung und eliminiert ihn. Ich treue mich nicht wieder ans Bild, wenn du dich dann schießt. Ich lege mich hier hin. Okay. Ach fuck, ich habe keine Sprengladen mehr. Ich hole schnell welche. Oh, muss das jetzt sein? Ich will gerade... Ich komme gleich. Ich bin schon unterwegs. Bin schon fast da. Lass dir Zeit. Ich töte sie sowieso alle mit der Pistole. Habe ich die schon alle getötet? Ne, da ist noch einer. Nein, die haben ich gleich. Tja, der ist auch tot. Wie, die haben nicht gleich. Jetzt nicht. Die haben mich gerade ein bisschen angeschossen, deswegen. Haben wir sie alle? Ich glaube, ich habe sie alle mit der Pistole getötet. Nein, da ist noch einer. Oh. Rechts. Rechts hinter dem Pfeiler jetzt. Unter dem rechten Pfeiler. Ne. Irgendwo dahinter die Pfeiler. Okay. Genau, die meinte ich ja auch. Hat er gesagt, den haben Pfeiler. Waren nur zwei hier oben, oder? Ja. In dem blieben. Dann lass... Geh du mal hier oben und ich gehe hier über die Seite. Dann haben wir nämlich so einen Doppelangriff. Okay. So, ich habe hier zwei weg. Mehr sehe ich gerade nicht. Okay, ich beginne es entschärfen. Die kommen mit einem Vorrück-Trupp, okay? Das wird jetzt richtig anstrengend für dich, aber... Versuch die Fassung zu behalten. Ja. Wo ist F? Ich hab die Scheibe nicht eigentlich kaputt geschlagen. Weißt du was? Oh fuck! Ich hab dich leider gerade... Nein! Fuck! Ich hab dich leider gerade gerade hier reingebracht! Scheiß drauf! Ist entschärft! Ist entschärft! Ist entschärft! Ist entschärft! Ich hab hier gerade voll die Hölzer-Grenade reingeworfen, Alter! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist egal, ich hab die Bombe noch entschärfen können. Alter, ich hab die Hölzer-Grenade genau hier reingeworfen. Jetzt habe ich einfach diese behinderte Schrotflinte gedreht. Boah, jetzt rennt sie mir wieder einen Weg. Ja, hab ich gemerkt. Komm hier rüber, komm hier rüber, komm hier rüber! Komm mal hier her! Ach, du bist da! Komm mal rein! Die Granate war echt professionell geworfen. Alter, wenn ich das Video hochladen, du musst dir mal angucken, wo ich die Granate geworfen habe. Alter! Nein! 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 Er hat mich abgestochen, der Penner! Komm hier! Komm zurück! Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der hat dich abgestochen. Ich liegt doch hier! Der liegt doch hier vorne schon. Der hat mich doch schon hängt. Ich habe gerade eine Pechchen gefunden. Die werden wir nachher reichen. Wow! Jetzt geh nicht drauf. Fuck, jetzt kommen sie alle, jetzt sind wir echt am Arzt. Ja, mit dem Pistel habe ich drei Leute oder vier schon getötet. Junge, das war gerade einfach nur Pech. Ich kann dich nicht reanimieren, doch jetzt so. Das war gerade Pech, weil ich nicht geguckt habe und auf einmal stand da ein 5er, 6er Trupp. Ja. Wow! Da stehen schon wieder welche. Ja, da oben. Ich sehe ihn schon. Achtung, da ist auch noch einer. Er ist tot. Die sind überall hier oben. Pass auf, wenn du hoch gehst, ich stehe da überall. Ich werfe mir noch eine Spielergranate nach vorne. Probieren wir sie denn ein bisschen groß. Aber ich habe ein paar erwischt, glaube ich. Hä, was ist denn jetzt los? Ich sterbe wegen zwei, drei Schüssen. Ich graufe mal runter, ne? Ich komme. Ja, reicht. Ey, die ganze Zeit krepiere ich nicht. Ich komme angelaufen, schieße ein bisschen, so zwei, drei Schüsse. Die Leute da rein und schon liege ich. Was habe ich denn heute? Wow, hier rum steht der. Oh. Mann. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Komm, zeig dein Körbchen, zeig dein Körbchen. Oh, doch nicht. Geh, zeig dich noch in den Arm geschossen. Ach, da warst du das, meine Fresse. Ja, aber du mal vor mir rennst. So, was? Ah, da guckst du auch nicht mehr. Richtig, wo? Ui, das war knapp. Wow, Knackgranate weg! Rückzug! Ui, 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 ui. Hast du die so genial geworfen? Nein, die kam nicht von mir aus, das war jetzt mal. Wo sind die denn alle da hinten? Nein, sie haben mich! Schon wieder. Ich bin hier drin in diesem komischen Überwachungsraum. Boah, was das sein soll, keine Ahnung. Sag, wenn du nur noch 10 Sekunden hast. Ich würde sagen, jetzt etwa. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Runde die schlimmste, die wir bis jetzt immer gespielt haben. Ah, macht mehr Fun, trotzdem. Na, versuch's abzuhauen, du kleiner, kleiner. Ich glaub, wir haben sie alle, oder? Ja. Ja, da geht's. Ne, da war nicht die Munizionskiste. Ja, ich komm schon. Das ist schön. Haben verstanden. Rachmanis vor Ort. 6-6 rückt aus. Und da geht's mir auch. Kommt dann, verschwinden wir hier. Mich anzuschießen war unnötig gerade. Ja, weil du irgendwann da rein rennst, wenn ich schießen muss. Dann schieß zwei Sekunden später. Muss doch ich denn wissen, dass du davor rennst, ganz ehrlich. Das kann ich doch nicht riechen. Doch, er rennt gerade davor. Was? Ich bin dein Chef. Liegt schon wieder daran, dass du immer dein Chef erschießen willst, oder was? Mein Chef? Ja, ich bin jetzt ein Chef, so. Wir haben jetzt keine Zeit für Beziehungsstress. Jetzt müssen wir ein paar Geisern retten. Okay. Ich weiß noch mal zwei. Wie geht denn jetzt zu mir? Ich trinke so. Hier ist vorne. Oh, super. Ich hab keine. Ich hab keine Spieler gerade mehr. Ich schon. Und ich verwende sie gerade, wenn sie nicht zurückgeflogen kommt. Nein, sie hat ein paar Leute getötet. Hier war ich. Komm, hier in diese Vornieche. Bin schon da. Wir müssen das Gebäude betreten. Ich hab grad mal so gelesen. Alter, hier liegen so viel Waffen rum. Wie wäre es denn erstmal, die Leute zu erschießen, bevor wir das Gebäude... Wenn man denn mal welche sieht, dann wäre es nicht verkehrt. Da hinten rennen die irgendwo rum. Muss man erstmal sehen. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal alle hier vorne. Jetzt keinen mehr. Wie die einfach alle mit nem LMG hier sind. Okay, ich hab auch eins mit. Aber das hat müssen. Wow. Hier noch runter. Steh mal vor, du hättest da runtergestanden. Das würde ich gar nicht wissen. Bei mir nicht rein, willst du mich fahren? Ach, schon. Pass auf. Ich hab grad gemerkt. Fuck, der hat sich dahinter in den Tresen gestellt. Er hatte sich dahinter in den Tresen gestellt. Hast du mich wiederbelebt? Ich bin schon dabei. So, jetzt ist der hier fertig. Wo bist du? Du hast da einfach die Spielergranate dahinter. Alter, wo ist denn der? Der schießt mich die ganze Zeit an. Ja, warte, ich werf schon. Aber werf die auch dahinter. Ist sie doch. Siehst du? Ja. So, guck mal. Ich glaube, wir können weiter. Ne, da steht da einer. Ach, schon. So, okay. Schießt. Schießt ich den Teamkameraden an, mache ich. Die Tür ist zugegangen. Ach so, deswegen. Verstanden. Rücken vor. 66 out. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal stehen. Nicht bewegen. Danke. Weiter. Ach, ne Munitionskäste. Wird ja mal Zeit. Bleib mal kurz. Na, ich nehme mal die rechte Tür. Ja, mach. Bereität. Drei. 2. 1. Jetzt. Ähm, ja. Yeah. Oh, hab ich gebrochen. Vielleicht die bin hatte ich schrotze wieder. Was stehen die auch denn jetzt schon wieder rum? Scheiße gelaufen, Kollegen Ich glaube, wir können jetzt weiter machen, aber ich habe nur noch eine Scheiße Drück 2 Ja, da ist nichts auf 2 Dann drück 1 Auf 1 ist gut meine 1 Woche Scheiße gelaufen, würde ich sagen Ich habe nicht auch noch Tag Light Ah, du musst irgendwo ein Positionslicht sehen, drück da mal E Achso, hast du schon Nein, er hat dich Nein Der Taste, okay Knall ihn ab Hab ich Das letzte Mal, wo wir es gespielt haben, warst du, glaube ich, der in seinen Händen Ach, jetzt weiß ich nicht mehr Iiiiih, der blutet Iiiih, der blutet Oh, Lagosian geschafft Ah, wir sind fertig Wir haben 20 Minuten gebraucht, ach du heilige Scheiße Ja, ne Okay, das war es jetzt auch von dieser Folge Genau, und zwar Und zwar, ich habe keinen Plan, wie die heißt Letzter Drücker Genau, auf jeden Fall Dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare Für ihn Na, wie er schon alles gesagt hat So, hört sich das schon mal ganz toll an So, wir sehen uns beim nächsten Video Wie da, welche Mission das sein wird Ich habe keine Ahnung Bis dahin Ciao Ciao